Die, äh, nächstgefilmte Person ist der Warenhausdetektiv vom Karstadt-Wössling. Es läuft. Das ist unsere Testperson, um ihn anzulocken. Es läuft, ne? Ich sprühe. Sehr. Hm. In der Luft sprühen. Es läuft, Mensch. Ich mach doch nicht umsonst. Es ist leer. Es scheint wohl doch nicht überzukommen, der Standort. Mach auf, Mann. Hier ist fotografieren verboten, Junge.